Wir müssen jetzt erstmal gut halten Ich switch jetzt nach dem Konstantin Direkt vor uns, direkt vor uns Backby fliegt aufs Dach, Backby aufm Dach Junge wieder in Größen 100 auf... 100 auf 2 No, ich... Kommst da raus? Äh... Hab einen, hab einen Ich heile Unten Oh, ich hab grad Parkstar-Hekopie Ah Hab einen, ich hab Horizon Ich hab aber auch zwei Leute, ich hab grad ein paar Hits Ich weiß, du hast einen, der gedauert hat Ich hab... hier hinten, hier hinten, hinten Auf mir Auf mir, auf mir Ja, ja Come on, come on, come on Ja, alles gut Zierig durch Oh fuck, ich hab keine Bache Typisch Typisch ist, du schießt dann 3-4 von mir Ah, fuck Ja, ich hab die Ja, ich hab die Ja, ich hab die Einfachste Pläne, die man haben kann Zwei Teams hinter uns Sie können eigentlich rückwärts gehen, wenn ihr wollt Wenn ein guter Loot da ist, gerne Ja, die sind fertig Ja, ich hab den Markstar Ja, hier vorne, direkt vorne, direkt vorne Direkt vorne, direkt vorne Äh, ich geh full auf Jibby, ne Hab einen, ich hab einen Hab auch einen Ich spürte durch Ich spürte durch Ich hab ihn mit dem Ich hab ihn mit dem Es waren alle, ne Nee, nee, nee Nee, nee, nee Wo, 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 wo Pink, wenn ihr wisst Direkt hier, direkt hier Ich treff nix Ab Stark Sehr schön Fair aufgeteilt Go, go, go Aktiviert schon mal, oder? Go Das macht keinen Mehdi Wo ist das? Nicht schon wieder Hallo, hallo Ja, ja, ja Ja? Bin ich schon genockt? Du bist einfach direkt gestorben und in der Kiste gewesen Ja Wow Wahrscheinlich, weil wir geultet sind Ähm Wir haben dich, äh, direkt aufgesammelt Aber Steht jetzt nicht Recover-Banner mäßig, sondern Das ist ein Disconnect-Zeichen Aber noch bist du sozusagen zu sehen Aber habt ihr meinen, meinen Morgon mitgenommen? Ja, wir haben das Banner Nee, aber wir haben das Banner Wir mussten Heatshields Wir haben beide nur, äh Er hat einen Fisch, ich hab zwei Mad-Kids Okay Das ist ja wieder so geil, ne Ich komm noch nicht aus dem Ladebildschirm Junge, aber wir sind losgeflogen und du bist einfach instant gestorben Ja Bist du im Frieden, bist du gestorben und in der Kiste gelandet Hab ich auch nie gesehen Mach vor der Box hier, vor der Kanone mal Dann mussten wir wieder, ja Mussten wir wieder zurückfliegen Und dich sozusagen vom Dach holen Und jetzt sind wir sozusagen richtig gefickt von der Zone Ja, du bist wieder bei uns, die wir zum Sender bringen Du bist ja perfekt Ja Okay, dann lass da holen So ein Not-Ulten wir da direkt weg Ja, Hauptsache wir haben jetzt schon mal einen Plus-Bereich Collection Wie hat man Ditlerband gemacht? Das ist auch die Häuber Das hintere Haus hat es letztlich festgehalten, da war unser Duo sie Ya, das stimmt, das stimmt Ich kann's nur nicht hoch gehen Lass auch zum hinteren Haus auf Eva besser ja das sind ja doch nicht drinnen genug okay ja unten drin viel heavy 60 80 durch ich glaube ich habe die gehört dass sie näher kommen hier können wir jetzt erst mal gut halten direkt vor uns direkt vor uns wer fliegt aufs dach 100 auf 100 auf 2 kommst du raus hab einen ich habe eine ich habe ich habe horizon ich habe hier hinten 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 auf mir auf mir auf mir ja kommen 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 ja alles gut zieh ich durch oh ich habe keine basse die typische schießt halt direkt hier von mir ach down boah so sick haben wir alle ja boah krassig marriage ulti hat gerade übertrieben geregelt unmöglich testet ich gehe kurz hier ich gehe kurz hier mach du beim zweiten oder ich kriege schüsse ich sterbe jetzt ne doch nicht boah ok ich hab leider gerade geultet leider auch gerade geultet hat einer an excelly ne ich hab bin bei 77% ich muss redheels mir irgendwie holen und bam goes the boozle da ist irgendwas drin das syringe ist immer hin fuck ah die kämpfen da oben ich gehe noch kurz zur letzten kisten da bin ich so an bewegen so über das haus ok seht ihr das haus neben uns rechts Da rüber sitzen? Ja, ja, ja. Oh, Matt geht's geil. Okay, ich laufe. Habt ihr hier Batterien? Nein. Äh, ja, ich hab hier eigentlich auch 50 Zellen gefühlt. Ich dropp euch jetzt zwei Batterien, ne? Ich hab, ich hab, ich hab fünf. Ich kann auch droppen. Oh, ich hab vier. Ich dropp sofort, warte, lass ich kurz das Wünsch nehmen, dann dropp ich die hier unten, oder? Ja, warte, ich dropp da auch noch was. Zwei Batterien liegen. Die Viten, da oben. Das ist voll hier. Ja. Von wo? Da oben drauf, da. Das ist Schramm töten, da. 44 Batterie. Die sind noch nicht fertig, was nennen, was nennen, was nennen. Nene, 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 ich hab hier. Nene, nene, nene. Ja, ja, wir haben doch, aber wir hatten, wir hatten eben safe eine Ratte im Game. Eben hab ich gesehen, sieben Squats, 18 Leute. Dann lass hoch. Christian? Ja. Los, oder nicht? Ja, ja. Ich hab kein Portal, wir müssen hier. Ich? Achso, ich dachte jetzt noch. Sollen wir einfach Zone nehmen? Oder sollen wir jetzt drauf? Was jetzt drauf kommt? Ist drauf. Wir können auch ulten und scannen. Direkt vor uns. Ist runter gesprungen. Aber nur eine Stufe, direkt vor mir. Boah, ich krieg von der Seite. Ich droppe, ich droppe. Ich droppe, ich droppe. Ich droppe alle mit dir. Geh nicht runter, geh nicht runter. Boah, fuck. Boah, ich muss heilen. Oh, wieder blöding ich, Alter. Da hat noch einer Bogen. Ja. Oh ja. Ja, da hinten. Ich spüre ihn auch. Sollen wir hier weg ulten? Lass kurz ihn bleiben, oder? Obwohl, ne, wir haben keine Zeit. Ich hab jetzt meine Ulti. Ja, mit meiner Ulti können wir was scannen. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Go, go, go. Aber wohin denn dann? Mit der Ulti? Da wo die nicht sind. Da wo die nicht sind. Hallo. Hallo. Geht er hinten? Ja, flieg links. Flieg links zu dem Stein. Zu dem Stein. Geht was drin? Ja, du. Ja, du. Hier, hier. Hier, hier. Ja, ja. Okay, Finale. Ah. Hä? Oui. Ja, aber der Bogen blieb alleine. 78. Link, ganz links außen an der Binden. Ja. 4 Pups, ich hab den. Das ist kein Heliwe, Alter. Ich gehe auf den Gibi, falls er jetzt da rauskommt. In der Binden. Ich hab einer von denen, kommt näher. Fuck. Gibi ist durchgelaufen. Ja, ja. 60 auf Gibi. Hier hinter das B. Ja, ja. Ich hab den Hunter getathert. 70 auf Lifeline. 96 Lifeline. Frank. Vantage. Vantage. Weiß nicht, was der Gibi macht. Ne, ich hoffe, er ist verbrochen. Ich bin Vantage schmarrt. Ich hab ihn gefegt. Ich hab ihn gefegt. Ich hab ihn gefegt. Ich hab ihn gefegt. Retraging Shields. Retraging an mein Shield. Pass auf, die zielen auf dich. Ich bin auf mich geguidet. Wix ist. 70 auf Vantage. 70 auf Lifeline. Äh, Lifeline Bank. Ich hab noch Small Heels, aber ich hab noch über 20 Zählen. 26 Zählen, das geht an bei mir. Kannst du den Weg nicht? ich brauche 25 wo ist endzone bei denen ja bei den 88 vintage hat einer von euch die sind die schlauze gekommen oder haben die auch die kommen her GB 50 aus auf mir auf mir hier links oben direkt auf mir andere weg auch oh Junge hinten raus nur einer ja ich hab einen gemacht GB kommt jetzt erst nach ich geh hin, ich geh in die Life-Members der muss stopp live rein ja ich hab GB gefinished 1 gegen 1 1 gegen 1 1 gegen 1 jawoll geil Junge die haben mich so geist krank grad weg gelasert schaark ich hab den GB auch gebraucht das einzige was so gut war ich hab den GB immerhin weggehalten ich hab den GB 160 bevor er droppen konnte und deswegen war immerhin TZM erst 2 gegen 1 dann noch ein 1 gegen 1 das konnte ich dir ermöglichen das war stramm mehr war nicht drin Junge ich bin um die Ecke rechts und irgendeiner von euch hat schon sozusagen gegen die geschossen und dann bin ich sozusagen da rein und hab so einen Laser so einen gradlinigen von 225 auf 0 bekommen wow ich hab als TZM sagte dass die gerade rechts rum gehen ich hab beide rechts gecrackt und dann so krank kassiert dass ich nichts mehr machen konnte oh ich hab noch der Lifeline röst aber so 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 so